Yoga-Pitasana, wörtlich der Sitz des Yoga, der Yoga-Sitz oder auch der heilige Ort, die Bank des Yoga, ist die Bezeichnung für mehrere Asanas. Pita ist ein Sanskrit-Wort und bedeutet Sitz, Bank, heiliger Ort und Yoga-Pita ist eben der Sitz des Yoga und Asana heißt Stellung. Fabian zeigt einige Asanas, die als Yoga-Pita-Asana bezeichnet werden. Zum einen ist Yoga-Pita-Asana einfach die Bezeichnung für die Sitzhaltungen, für die Yoga-Praxis, für Meditation und Pranayama. Das kann zum einen sein Siddhasana, also eine Phase unter das Perineum und die andere Phase ans Schambein. Dann auch der Lotus-Sitz, Padma-Sana wird als Yoga-Pita-Sana bezeichnet. Manchmal wird auch jede Sitzhaltung für die Meditation als Yoga-Pita-Sana bezeichnet. Auch Sukka-Sana, also der einfache Schneidersitz oder auch Mukta-Sana, wo die Beine voreinander liegen, der Sitz des Befreiten. Das sind die typischen Yoga-Pita-Sana, die Sitzhaltungen für die Meditation. In einem anderen Sinn werden Asanas auch als Yoga-Pita-Sana bezeichnet, wenn sie so aussehen wie eine Bank, ein Bänkchen. Da gibt es zum Beispiel aus dem Lotus heraus zu einer Art Katzenstellung zu gehen, die nennt sich auch Padma-Majaya-Sana, wo du praktisch wie von oben dich auf den Oberkörper draufsetzen kannst. Manchmal auch erst dann, wenn die Ellbogen gebeugt sind, sodass der Brustkorb parallel zum Boden sind. Auch das wird als Yoga-Pita-Sana bezeichnet. Manchmal sogar Chaturanga-Dandasana, wo du auch nah am Boden bist. Und manchmal wird sogar die schiefe Ebene mit gebeugten Knien als Yoga-Pita-Sana bezeichnet. Also auf dem Gesäß sitzend, Beine ausstrecken, dann die Knie gebeugt halten, Füße auf den Boden und dann das Becken heben. Und auch das kann als Yoga-Pita-Sana bezeichnet werden. Der Körper ist praktisch wie eine Bank. Und ein letztes Asana, welches als Yoga-Pita-Sana bezeichnet wird, ist das, was als Parvata-Sana bezeichnet wird. Der Lotusberg, also aus dem Lotus-Sitz heraus das Becken heben und die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Ja, das waren einige Asanas, die als Yoga-Pita-Sana bezeichnet werden. Der Sitz des Yoga, der heilige Ort des Yoga, das Yoga-Bänkchen.